Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Es wird Zeit. Da ist unser Gegner. Kommst du eben zu nah, wirst du es bitte bereuen. Okay, da war ich da aus. Alter. Ich habe das Gefühl, dass ich mit Pfeil und Bogen hier nicht weiterkomme. Äh, Link, nicht an der Blume glitschen, bitte. Alter, was macht der bitte? Alter. Boah. Ja, ich bin doch ausgewichen! Du dreckst dich! Ich habe echt keine Ahnung, wie ich den töten muss. Ja, danke, dass du mir meinen Autofokus wegnimmst. Hallo. Hallo. Ja, Loi! Jetzt greif doch mal jemand an! Alter, was ist denn? Bitte komm, bring erst mal dem seinen Nachwuchs um, okay? So, eins nach dem anderen. So, wo ist dieses Dreck? Ja, Loi! Genau! Komm her! Okay, hier sollte ich nicht hingehen. Also, eigentlich soll man... Ja, Loi! Genau! Ich berühre ihn! Bring ihn einfach um. Alter, diese Schicht geht mir jetzt schon... Es wird dermaßen auf den Sack. Ja, Loi! Wie er mich einfach mit oben fallen will! Also, hallo? Bring ihn! Treff ihn doch! Tiger, du sollst den auch mal treffen! Alter, ey! Ich hasse den Boss! Der ist so scheiße! Wie gesagt, nichts an dem Boss ist gut. Nichts am Sumpf ist gut. Ich bin echt kein Fan von dem Gebiet. Es ist echt... Du fühlst dich einfach nur unwohl, wenn du das spielst. Ich meine, damit passt es natürlich zum... Äh... Zum Rest dieses Spiels... Ach, hier wären Bomben gewesen. Ich hätte ihm richtig wehtun können. Hatte ich das mal gewusst, ey? Die habe ich nicht gesehen. Pfeile kriege ich ja nochmal umsonst. Okay. Ich blöde nochmal schnell hier alles. Zeit scheint hier auch nicht zu laufen. Okay, ja, ne. Ich hole mir nochmal Pfeile. Ich stack nochmal Pfeile auf und dann... Alter. Also, früher habe ich den Boss einfacher besiegt. Ich weiß nicht, warum ich diesmal so Probleme hatte. Egal. Da ist Oldowas Maske. Oldowa... Ne, Odolvas Vermächtnis ist auf dich übergegangen. Der reine Geist, den diese Maske im Körper Odolvas gefangen hielt, ist nun wieder frei. Dir gebührt der Dank für seine Rettung. Was ist denn das? Was ist denn das? Nein, ich habe das Timing nicht erwischt. Das passt nicht zur Musik. Du bist zu spät. Fang früher an. Wird das besser? Passt du irgendwann zur Musik? Soweit ich weiß, muss man die Textbox, die am Anfang kommt, sofort wegdrücken. Weil ich das nicht gemacht habe, sondern lieber vorgelesen habe, passt jetzt das, was er singt, nicht zur Musik. Das kotzt mich. Na, es hilft dir alles nichts. Er sagt was. Er ist zwar total scheiße und hat kein Taktgefühl, aber er sagt was. Kann es sein, dass er uns durch sein Wein so etwas wie eine Melodie merken möchte? Ja. Los, spiel los. Ich hatte so gern die Melodie im Takt getroffen. Das klingt so gut, wenn der im Takt singt. Ging wohl nicht. Achtung. Das klingt so gut, wenn der im Takt singt. Du hast den Gesang des Himmels erlernt. Ruft uns. Das hat er gesagt. Tja. Naja, war es ja am Ende wenigstens im Takt. Aber man kann es auch beim ersten, wenn er anfängt zu singen, im Takt machen, dann kann man es sich halt unendlich lange anhören. Ja. Naja, war es ja am Ende ebenso. Versen 20. An Naja, war es ja am Ende. Diese vier, von denen Thail gesprochen hat. Denkst du, er meinte den Geist, der in dieser Maske verfangen war? Oh, hey, du hast dich mal gar nicht so dumm angestellt, außer beim finalen Bosskampf. Aber scheiß drauf. Hast du sowas schon mal gemacht? Ha, hu, ha, hey. Ja, ja, dachte ich mir. Diese Idiotie sah schon ziemlich geübt aus. Lass uns jetzt nicht nach, okay? Mach so weiter und rette die anderen drei. Hey, äh. Was ich getan habe, ich meine, am Pferd und so, tut mir leid. Entschuldigung. So, ich hab mich entschuldigt. Jetzt ist es für immer gut und ausgeklingt, okay? Wir haben der Prinzessin geholfen, so wie ich es dafür wollte. Und das nächste Ziel sind die Berge. Lass uns eingehen, damit das Hortoküten euch nochmal so einen Schaden anrichten kann. Ha, ha, ha. So, ist hier was an der Seite. Wir gucken natürlich gleich, was da los ist. Nee, hier ist nix. Okay. Öh. Ach so. Okay. Wer bist du? Ha, 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 Stroi. Stroi? Erfreut dich kennenzulernen. Ich bin die Deko-Prinzessin. Kann es sein, dass du auf geheißtes Affen gekommen bist? Ha. Aha, dachte ich es mir doch. Weißt du, du riechst ein wenig nach Affe. Hoi. Ich habe gerade zugestimmt, wenn ich meine Körpersprache da jetzt erkennen konnte. Ach so, der Affe ist geschafft, heute zurückzukommen. Sehr gut. Ha, hu, ha. He, 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 hey. Ich habe schon befürchtet, mein Papa würde den Affen beschuldigen, mich entführt zu haben. Ich dachte sogar, er würde so weit gehen, den Affen zu bestrafen. Ha, 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 ha. Ha, hu, ha, hey. Nicht dein Ernst. Ich würde ihn vernichten. Ich würde ihm einbringen, was er so tun hat und wo sein Platz ist. Wenn ich ihn erwische. Gut, wir haben keine Zeit zu verlieren. Rasch, Sirs, Strui. Hiermit sind sie ein echter Ritter. Und, und. Jetzt, bitte trag mir den Palast. Ja, ich habe etwas. Danke, Navi2, für deine anstrengenden Bemühungen. Das hier ist einer der dümmsten Parts in dem Spiel, aber egal. Die Deku-Prinzessin hat in der Flasche Platz genommen. So, ist das ein bisschen eng, aber naja, wenn du schnell bist, dann geht das schon. Ah, wir dürfen schon keine Zeit verlieren. Was bringe ich zum Verlass? Süß. Süß. Die Deku-Prinzessin. Sollte ich hier eines Tages mal rauskommen und mein Leben, mein restiges Leben als Deku-Strui verbringen, dann ist sie natürlich meine Waifu, die ich heiraten werde. Ist ja klar, gell? Okay. Jetzt musst du mich ja mal kurz entschuldigen, Deku-Prinzessin. Ich habe noch was zu tun. Wuh, wuh, wuh. Nein, ich will. Da hinten ist etwas, was ich gerne wissen möchte, was es ist. Heute ist immerhin nur der letzte Tag. Also nichts Schlimmes. Da hinten war eine Truhe, die ich letztes Mal nicht geöffnet habe. Ich würde sie gerne jetzt öffnen und wissen, was drin ist. Oh, oh, oh. Die Pfiff. Äh, nein, das wollte ich gar egal. Oh, der Mond ist schon ganz schön nah. Ja, ja, sei still, Mond. Du hast keine Ahnung. Also ich muss jetzt da hier rüber. Kann von da aus dann da rüber scheinbar. Und das war mir wieder eine dieser Momente. Wo man ganz klar sehen konnte. Das ist zu packen. Das ist niemals zu packen. Das ist viel zu weit. Oh, es geht ganz knapp. Fünf! You're kidding me. Fucking kidding me. Ich habe das nicht gemacht für fünf verfickte Rubine. Egal, dann laufe ich halt den ganzen Weg noch einmal. Möglicherweise kann ich ja mit dem Ding hier schon wieder zum Ausgang. Was ist denn das da hinten? Nee, das ist, glaube ich, kein Ausgang. Oder doch? Ja, ich versuch's. Ich gucke, was da hinten ist. Ja, aber eh mehr als genug Zeit. Wait, da ist noch eine Truhe. What? Ich gehe davon aus, dass wir da hinten hingehen müssen. Oh, die sieht sogar ein bisschen wertvoller aus. Herzteil! Komm schon! Alter, es ist wirklich eins! Nice! Nice! Okay, das sind alle Truhen, die es hier gab. Was bedeutet, dass mein Ziel jetzt der Ausgang ist? Okay. Easy! Du bist dumm. Du bist unfassbar dumm. Egal, so. Dann gehen wir mal wieder. Okay. Nee, warte. Ja, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen blöd von mir, dass ich jetzt hier den ganzen Weg nochmal dreimal ablaufe. Aber da hinten, wenn das nicht der Ausgang ist, wo komme ich denn dann hin, wenn ich... Da ist die Fee! Ich muss da hin! Das garantiert die Fee! Und wenn da sonst nichts ist, dann ist da bestimmt die Fee. Die hätte ich fast vergessen. Huiuiui! Huiuiui! Eine Kamerasteuerung wäre übrigens saugeil hier. Oh, die ist hier aber auch kacke zu erreichen, die Fee, ey. Huiuiui! Da ist 100% die Fee. Ich hoffe, du hast was Gutes für mich. Weil da hoch komme ich nur so, ne? Ja. 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 Das muss die Fee sein. Ja, ist sie. Oh, ist das lustig. Oh, starker junger Freund, ich bin die große Fee der Kraft. Hab Dank für deine wertvolle Hilfe. Als Dank leere ich dir diese neue Schwerttechnik. Du hast die Wirbelattacke erlernt. Damit kannst du jetzt eine Wirbelattacke mit Magie machen. Ja. Passt. Besuch mich wieder, wenn die Strapazen in deiner Reise zu schwer auf den Schultern lasten. Tschüss. Ist das nicht lustig? Gut. Dann schließen wir die Story hier ab. Ihr seht ja, wir sind schon relativ nah wieder am Ende der drei Tage. Wenn man das casual spielt, ist das gar nicht so schnell zu machen. Wenn man natürlich 100% von dem Spiel kennt und weiß, wie das ganze Spiel funktioniert, dann hat man da jetzt nicht so die Probleme, sag ich mal. Aber ihr habt ja gesehen. Zumal ich auch sagen muss, die Gamecube-Version spielt sich schon schwierig. Also ich weiß, dass es wieder billig ausredet und alles, ja. Sie spielt sich trotzdem echt nicht so einfach. So, easy. Wir gehen jetzt einfach mal zurück. Und geben die Prinzessin da ab, wo sie hingehört. In der Hoffnung, dass der Affe noch lebt. Es wäre wirklich sehr ungünstig, wenn der Affe nicht mehr leben würde. Da werde ich die Prinzessin... Übrigens kann ich jetzt die Kondisse abwerfen. Ihr seht es auf B, ne? Habt ihr gesehen, gell? Das geht schon die ganze Zeit, aber jetzt ist es mir mal aufgefallen. Hihi. So, alle Monster dürften jetzt weg sein. Alter, die Musik haben sie echt gut gemacht, dass sie da immer das Ding mit reinziehen, ne? Easy. So. Gut. Yo, Prinzessin, wir sind daheim, okay? Hallo, ich muss rein. Ich hab dir doch gesagt, du sollst dir nach Zitrona gehen! Oh, ich wurde wieder rausgeschmissen. Mann! Keine Ahnung, wo du den letzten Tag warst, aber verdammte Scheiße! Scheiße! Geht direkt zum Thronsaal! Nicht woanders hin! Ich frag mich, was jetzt passieren würde, wenn ich innerhalb des Gefängnisses gehen würde. Oh, ich hab das Spiel kaputt gemacht. Hups. Wo, Brat, du, Strafstrui! Oh, ich lese die Flasche und lass mich direkt vor meinem Pfadern frei! B, Strafung! B, Strafung! Alter! Das ist keine Bestrafung, das ist Mord! Oh, ich hab das. Oh, ich hab das. Oh, ich hab das. Oh! Diese Monster. Diese Monster. Diese Monster. Komm her. Was ich mal ausprobieren will. Was ist, wenn ich jetzt nochmal rausgehe und sie irgendwo draußen rauslasse? Was passiert, wenn ich dich irgendwo draußen rauslasse? Ich will alles mal ausprobiert haben. Ach so, dieser Gegenstand zeigt hier keine Wirkung. Ja, das ist ja schade. Darf ich rein? Hallo, ich will rein. Hä? Aber letztes Mal bin ich direkt zum Thron und wieder raus. Oh, wenn ich mich dieses Schild einfach jedes Mal zerstöre. So. Also, ich würde sagen, ich habe ganz schön Probleme jetzt. Bestrafung! Bestrafung! So, Freundchen, jetzt ist dein Ende besiegelt. Ich spreche jetzt nochmal mit dem Butler. Guten Tag, es ist furchtbar traurig, aber der König lässt sich durch nichts beruhigen. Unsere Sümpfe sind vergiftet. Ist dies das Ende des Dekoreichs? Was willst du mir sagen? Oh Gott, da steht uns bei. Was willst du sagen? Das Wasser ist entgiftet, weil du durch die Gegend gerannt bist und es entgiftet. Boah, du bist ja krass. Ich will es damit, dass er nicht heist. Er soll leiden und leiden und leiden, bis er tot ist. Was sollst du, der Zoll eines Trönigs zu führen bekommt, der seine geliebte Tochter verloren hat? Ja, lustige Geschichte. Okay. Schön, dass alles zensiert wurde. Okay, also sie schmeißen einen einfach raus. Digga, ich... Ich war direkt im Thronsaal! Ihr lügt doch alle! So, gut, jetzt genug Spaß gehabt. Bestrafung! Bestrafung! Entschuldigung bitte, ich habe etwas anzukündigen. Ich meine... Was willst du? Meine Tochter, du lebst, es geht dir gut. Ich war so in Sorge. Du blöde Drexagon hier, wenn ich euch erwische! Was macht ihr hier? Lasst meinen Armhafen frei! Nur der Bratlauer, mein Freund! Ach, Herr Haffes, tut mir so leid, aber mein Vater lag ständig zur dummen Entscheidung. Ich bin ein Kind und ich bin 20 Jahre klüger als er. Das erinnert mich fast an die Präsenz in Zelda, die ist von einem verfreundeten Königreich beheimatet. Der, der ihr Vater ist auch total blöd. Er hat geglaubt, Gennendorf wäre gut. Das war ein Idiot. Alles gut! Jetzt kommt, glaube ich, etwas, wovor ich Angst habe. Das ist ein Fehler von mir, vorschnelle Entscheidungen zu treffen. Das ist mir nun endgültig klar geworden. Merkwürdiger Reisender, es gibt nicht viel, was ich für dich tun kann. Bitte ruhe dich aus, bevor du wieder gehst. Beinahe hätten wir einen unschuldigen Affen bestraft. Ihr habt ihn bestraft! Ihr habt ihn genommen und in kochend heißes Wasser getaucht! Ich will nichts von Beinahe hören! Ihr sprecht ja schon wie deutsche Politiker! Politiker! Was? Ist der vergiftete Sumf wiedergeber? Das bedeutet, wir können nur an Orte gehen, die vorher verschlossen waren. Geil! Auf jeden Fall bin ich überglücklich, dass die Prinzessin heil zurückgekehrt ist. Du kannst dich in vielerlei Wesen verwandeln. Boah, das wäre krass! Wait, fliege ich jetzt nicht mehr raus? Das wäre cool. So, jetzt will ich das wissen. Ey, yo, König! Prinzessin! Wollen wir heiraten? Äh, nein! Unser Butler mag dich wirklich, er hat gesagt, er wollte im Schrein rechts das Verlässthaus. Ganz auf dich! Er trotzdem möchte nicht wieder in deiner Flasche reisen. Fliege ich raus, wenn ich jetzt den hier mache? Ne, es ist ihm egal. Das ist ja nice. Wenigstens das. Wenigstens das. Jo, danke, Leute! Es war mir eine Ehre. Der Schrein war auf der anderen Seite. Zum Dekoschrein. Rechts das Palast ausgesehen. Also, wenn man aus dem Palast rausgeht, rechts gesehen. So. So. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play. Let's know Zelda Majora's Mask. Eine nehme ich noch auf, dann ist Zeit. Bis dahin, Servus!